So, und jetzt heute mit einer neuen Runde King & Come. So, ich habe jetzt nur noch keinen Distel gefunden, nur ich habe mir jetzt gerade mal, ja, nehmen wir nochmal meinen Browser aufgemacht und habe immer nach Deskly gegoogelt, weil ich mir gerade nicht ganz sicher war, wie die Dinge jetzt tatsächlich ausschauen, wenn die blühen. Beziehungsweise war ich bis jetzt gerade eben der Meinung, die blühen generell nicht, und deswegen war ich mir auch nicht ganz sicher, wie die Dinge jetzt tatsächlich ausschauen. So, naja, in der Zwischenzeit habe ich noch mal auf, hier kommt eine Seite, oder? Das könnten... Keinen Distel sagen, okay. Ich habe gerade nicht mehr noch jemanden angefunden, der ebenfalls das Plays macht, und... gut, der macht das gleich schon ein bisschen länger als ich. Ich habe, glaube ich, irgendwie 9,2k Subs, und... Ja, da war der vielleicht auch eine Folge geüploadet, wo er sagt, wenn Blumen einen zur Verzweiflung bringen, oder so. Hm, ja, kann ich nachvollziehen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Und auch vermutlich viele King & Come-Spieler können das gut nachvollziehen. Ähm, bei der Weich habe ich gerade mal die Nacht geskippt, und bin hier mal wieder, dann durch im Tag drin. Können wir hier auch speichern. Oh Gott, es gibt eine schottische Distel, eine silber Distel, eine Esel Distel. Was brauchen wir? Irgendwann sind die anders, glaube ich, oder? Das sind die schottischen Distel. Äh, Zuliebrecher. Ich denke mal, dass das hier ein Ding sein könnte, eine Distel, aber... Es ist keine. Hm. Irgendwo am Wegesrand hieß es. LOL. Es hat hier das Wasser... What the fuck? Ich weiß, ob das ganze Wasser runterrennt. Runterrennt, runterrennt, runterrennt. Fing jetzt da drin auch wieder? Nee, da leckerst du nicht. Okay. Ich will mal schauen, ob ich irgendwas klauen oder so. Öffnen, mal schauen. Kann ich nehmen mit. Wird nichts passieren. Hat keiner gesehen. Merkt keiner, weiß keiner. Hat gar kein Herz hat leider auf, deswegen weiß ich nicht, ob uns niemand beurteilt hat, aber ich glaube nicht. So. Genau, mal kurz hier össen. Nahrung. Zwei, drei, vier, fünf. Oder so. Genau. Ah, okay. Es wird doch hier irgendwo diese Drecksdisteln geben, oder? Ich kriege echt einen Vogel. Ich meine, es sind lila in den Blumen. Ich meine, lila sticht doch eigentlich raus, oder? Ja, es ist irgendwas lila anders. Wieder kein Distel. Löwenzahn, ja wow, Löwenzahn. Letztens haben wir schon gerade einen Freund, der Tipp hier eben, wo man Disteln eventuell findet. Da scheint ja gerade die Sonne, und es regnet. Oha. Das Problem ist gerade nur, ich bin mir nicht ganz sicher, erstens wo das war, zum anderen weiß ich gerade nicht mehr, oder weiß ich gerade nicht, ob das alles immer gleich spawnt. Oder ob es irgendwie Unterschiede gibt, vielleicht. Also einfach alles random spawnt, vielleicht bei jeder Welt, die man erstellt. Hier sind wir so Schilfzeug, so Mordzeug und so. Boah, schon echt geil aus. Also hier ist es vielleicht halt nicht so mit dem Wasser und so, aber hier so das Angedachte, dass man halt irgendwie, dass sich so Wasser sammelt und so, dass sich irgendwie so ein Bach bildet oder so. Das ist schon cool gemacht. Ein Müllsack aus Plastik. Alles klar. Ich sage jetzt am besten mit nichts dazu, oder? Schaut einfach geil aus. Also das muss man sagen. Bis auf den Zaun schaut hier irgendwie echt alles ziemlich geil aus. Oh, es ist der erste Berg. Sehe ich da gerade den ersten Berg vor uns? Wow. Da hinten sieht es aber auch ziemlich geil aus. Hm. Jetzt brauchen wir immer noch diese blöden Düsseln. Irgendwo brauchen wir Düsseln. Oh, kann man durchlaufen? Nachher hin. Aber wie einfach mal das Ganze platziert ist und so, schaut so geil aus. Hier haben wir so drangelehnt, dann hier mal so ein Ding, so ein bisschen so eine Öffnung, wo dann ein Stein sitzt, der den Weg versperrt und so. Ist einfach nur geil. So, ich habe irgendwie gehofft, dass es hier irgendwie echt ist, dass wir es einfach mal fix finden und dann weitermachen können. Aber ich glaube, daraus wird irgendwie nichts, oder? Kann das sein? Come on. Sonst muss ich echt mal kurz pausieren, Düsseln suchen und dann wieder weiter aufnehmen. Ich denke mal fast, dass das Sinnvollste ist. Moment, irgendwie können wir von A nach B und finden einfach mal gar nichts, leider. Hier? Komm, sein Düssel, los, sein Düssel. Come on, du bist lila. Du bist so lila wie Nizu für euer Frau. Muss es einfach trotzdem können, Düssel. Wie lila muss es denn bitte sein? Muss es auch lila sein? Ich habe keine Ahnung mehr. Das gibt es doch einfach gar nicht, oder? Da hockt ein Bauer oder ein Soldat oder so. Na komm. Ja. Spring drüber, los. Ah. So, geht doch. Können wir reden? Wer ist das? Ist das irgendein VIP? Irgendein... Was sitzt du hier rum? Da kann ich schießen. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Läuft man durch, sucht Düssel und findet ein Typ, den Bogen auch mit Feinbeck auf. Wie gibt's? Bis... B, O, A. Hä? Was? Aber jetzt... Hä? Hä? Loll? kaufst du noch jetzt gibt es okay wow 28 kostet das ganze ding und wie viel sind das 45 pfeile für 0,3 ist vielleicht kein preis dabei ein testbogen ok testbogen klingt zu müssen nach einem fail oder wir merken uns auf welche positionen dass der hier ist wehrmut löwenzahn also hier müssen listen sein ganz ganz sicher sind die listen irgendwo wir überspringen gleich zwei zäule ja ich stoppen geschützt ihr auch noch mich hier so schön listen und klicken wieder auf den aufnahm button so nach gefühlt ungefähr zehn jahren dass wir jetzt endlich mal die blöden listen konnten ich glaube wir sind schon keine ahnung extrem oft an dinge vorbei gelaufen wir haben die irgendwie scheinbar nicht erkannt oder irgendwie keine ahnung naja genau das sind auf einmal die distal wir haben glaube ich fünf stücke oder so und die sind generell haufenweise von dem her ja ja ich wünschte mir vor dass wir jetzt endlich mal die distellen haben weil das hat ewig gedauert und ja also von dem her ich glaube einen distell haben wir schon mal irgendwo gefunden ich habe natürlich einfach mal das video anschauen können hätte ich auch gewusst wie die distellen ausschauen aber irgendwie bin ich da nicht dran gedacht aber gut so und haben jetzt aktuell 655 distellen perfekt ok können wir theoretisch wieder aufsetzen request für meine schlüssel raus und ab in richtung kräuterhexe genau ok jetzt müssen wir es glaube ich dann ganz genau nach braun oder so dass es irgendwie dann miteinander mischen und so wie genau es funktioniert habe ich keine ahnung ich habe nur gehört dass es eigentlich relativ umfangreich ist das ganze relativ schwierig und das muss schon mal auch ja ziemlich einfach fällen kann und ja das ist natürlich jetzt gerade die frage ob wir jetzt instant fällen oder ob wir jetzt irgendwie es vielleicht instant schaffen oder so je nachdem so das pferd achso das pferd in der ausdauer ok schauen weil ich irgendwie so einfach quer in den wald reiten kann ja kann man wobei es dann zu geil ist weil man hier einfach anderen irgendwo hängen bleibt und so naja gut ging ja wahrscheinlich wachsendlich wachsend sogar im wald in der distellen oder so direkt neben der in der qualitex da by the way nicht wundern ich habe mich gerade nach dem ton vom game deaktiviert ich habe es nur vergessen wieder zu aktivieren in der nächsten folge aktiviere ich den selbstverständlich wieder oder aktivieren jetzt schon wir warten hier bevor sieben minuten aufnehmen jetzt bei knapp zehn minuten ich glaube wir würden die zweite folge jetzt mal nach dem distell suchen und oder einfach so dann zumindest mit sound so kreut hexe reden so wegen des heilmittels ja alles dann komm und get stuck in ok 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 Das war ein Feuer. Nein, das war kein Feuer. Hä? Das war ein Feuer, oder? Wenn ihr aber die ganze Zeit im Weg ist, dann starte Alchemie, genau. Wasser, Alkohol, Öl, Wein, Buch, Trankbrauen, verwenden. Muscat zurück. Momentan, okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Z verlassen. Dass du die Bank verlassen musst? Hä? WTF? Welche Bank verlassen? Ähm... Rezepte, bzw. Rezepte? Ja, auf jeden Fall, du musst immer zurück, 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 zurück. Nein, 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 nein. Fuck. Okay, dann gehen wir jetzt hier so und so. Können wir jetzt schon das Ding beenden? Ja. So, was ist die Quest? Ähm... Haftig wird es interessant. Ja, und wie? Äh... Äh... Finde heraus, wie gebaut wird... Hä? Hä? Hä, wie jetzt? WTF? So, jetzt komm, schau mal. Ja. Ähm... Ähm... Okay. Und wie... Vermisst ihr das Ganze jetzt? Hä? Ich verstehe schon wieder nicht. Ist das genug Feuer? Hier, lesen, 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 lesen. Genau. Äh... Laune. Durchblättern. Trollkirsche. Ähm... Ich finde, das muss ich mit dem Mittel ein bisschen fest. Okay. Nein. 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 Oh, ist das geil gemacht. Johannesgrad aber auch nicht. Wacholder. Kamille. Minze. Mondblume. WTF ist denn das alles? Salbei. Weinbein. Löwenzahn. Brennerzler. Brennerzler. Zurück. Äh... Ups. Nicht zu viel zurück. Zurück. Zerimenebrennissen auf einer Runde statt der Viktorion. Ja, auch nichts. Oder? Nein. Ja. Wollen wir ganz an Anfangswerden? Salbei. Weinhaute. Hm. Hm. Aber du wirst hier die ganzen Effekte und so. Äh... Ein starkes Gift. Okay. Erhört Agilität und Redekunst. Klingelung. Was gibt's sogar? Mehrmut. Hä? Ich versteh's nicht. Haben wir das irgendwas schon drüber geblättert? Äh... Ich versteh's nicht. Achso. Äh... Okay. Äh... Da durchblittern. Z wechseln. Was ist Z wechseln? Ähm... Ähm... Okay. 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 Ein Wein tut mir aus den Geißen, sollte das so nicht getrunken werden. Ähm... Z wechseln? Gegen... Ah Leute! Gegenmittel! WTF! Automatisch braun, vorbereiten, Wasser, Kohle, Brennnessel, Disteln... Was gibt es da alles? Ja, LOL! Genau! Okay, interessant. Äh, was? Ist das mit Taste bedreht, vorbereiten? Was? WTF was ist das? Vorbereiten. Ähm... Wie jetzt? Okay, äh... Wirkt an gegenüber den negativen Effekt mit Gegenbereiter Wasser und zwei Hände voll Disteln? Hä? Zwei Hände voll Disteln? Also zweimal Disteln? Ähm... Wasser und zwei Hände voll Disteln? So, nein, ich wechsle, ich wechsle. Dann brauchen wir Wasser. Wasser, genau. E verwenden. So. Ja, das ist ja interessant in Animation. Ähm... Dann brauchen wir unser Inventar. Okay. Verwenden. Hm. Ach so, da oben ist es Distel, okay. Distel verwenden. Loil. Einmal. Dann zweite Hand Disteln. So, wieder verwenden. Genau. Dann kurz lesen. Und eine voll Kohle. Und eine voll Kohle. So, ups. Cola. Äh, ähm... Äh... War es richtig? Okay, wie auch immer. Gib Disteln in den Kessel und zieh das zwei Runden lang. Was ist eine Runde? Was ist eine Runde? Also eine Runde? Ach so, eine Runde ist aber kurz schon eine Stunde. Füge zum... Faktisch! Nein! Shit! Äh... Schlecht? Ich glaube, er ist verkackt. Oh, Mist. Ähm... Wie sollen wir jetzt sieben? Zwei Runden lang? So, eine Runde und dann Q-Blast-Balk. Oder so? So, einmal. Zweimal. Sind das jetzt zwei Runden? Ich hab keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wir überhaupt jemals irgendwas rausgehen bei uns. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen viel zu lang gekommen. Aber egal. So, spüren wir es einfach mal weiter. Nesseln, wir brauchen auch Nesseln. Okay. Ach so, Brennnesseln. Okay. Äh, wie viele Brennnesseln? Einmal, oder? Äh... Sieben. So. Einmal W. Sanduhr. Dann... Glasebalk. Okay. Bereite Wasser zu... Ach so. Genau. Dann fügt zum Schluss die Kohle hinzu. Aber sie dessen nicht. Äh... Die Kohle war aber schon drin. Und... Wohhh... So, wo ist die... E-Tanko? So, wo ist die... So, mein... Ehm, wo ist die Kohle? So, mein... So ist die Kohle halt. Wohhh... 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 Ja, keine Ahnung. Irgendwas hat schon mal gefehlt. Wir können gleich mal kurz die Kohle nicht ausrüsten und schauen ob es jetzt zählt. Hm, ja gut, wir machen mal Tankbraun und probieren nach, wenn was rauskommt. Achso, nein, nicht gut. Aber wir können doch sonst nix anders machen, oder? Cool, ja. Hm. Boah, auswählen. Hm. Wer ist die Cent an Lucky? Ich hole es weg. Wir probieren es einfach mal aus und schauen, was rauskommt. Ich kann auch nicht, was passiert jetzt. Gegenmittel läuft, hat es funktioniert. Es hat wirklich funktioniert jetzt. Vermittet. Puts hier. Verlassen. Er ist nichts mehr, okay. Ja, verlassen. Okay. I. Gegenmittel. Nice. Hat einen Wert von 150. Alles gleich, weißt schon wie bei uns gerade für diesen Gem. Kranker Bastard. Bring den Drang zu Georg. Nice. Perfekt, das funktioniert. Okay, damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Kingdom Come Let's Play. Sechs mal bei uns alle. Vi brauchen das Handy. Bis zum nächsten Mal.